Das war das Krankenhaus. Alberta hat ihr Baby bekommen. Ja? Und was ist es geworden? Ein Mädchen. Dann... Dann gehe ich besser hin und sehe nach ihr. Troy. Ich muss nachher sehen, Rose. Das gehört sich so. Was ist denn los? An dem Baby geht es doch gut, oder? Alberta ist während der Geburt gestorben. Gestorben? Du sagst, sie ist tot. Alberta ist tot? Sie sagten, sie hätten alles versucht. Sie hätten sie nicht retten können. Und was ist das mit dem Baby? Geht's dem Baby gut? Und was ist das mit dem Baby? Sie sagen, es ist gesund. Wer wird sie denn jetzt beerdigen? Sie hat eine Familie, Rose. Sie war nicht ganz alleine auf der Welt. Ich weiß, dass sie nicht ganz alleine auf der Welt war. Als nächstes willst du wissen, ob sie versichert war. Du musst nicht so mit mir reden. Das kommt als erstes aus deinem Mund. Wer wird sie beerdigen? Als hätte ich vor, diese Aufgabe zu übernehmen? Ich bin deine Frau, weiß mich nicht so zu. Ich weise niemanden zurück. Gib mir einfach etwas Platz. Gib mir ein bisschen Raum zum Atmen. Gib mir ein bisschen Raum zum Atmen. Sehr schön, Mr. Toth. Ich sag dir, was ich mache. Gleich morgen früh... ...werd ich einen Zaun um meinen Garten bauen, hörst du? Ich werd einen Zaun um das bauen, was mir gehört. Und dann will ich, dass du auf der anderen Seite bleibst. Und du wirst dort bleiben, bis du bereit bist, mich zu holen. Bring deine Armee mit, bring deine Sense mit, bring deinen Ringeanzug mit. Dieses Mal werd ich nicht unvorbereitet sein. Du wirst dich nicht... Du wirst mich nicht nochmal an mich anschleichen können? Wenn du bereit für mich bist, wenn oben auf deiner Liste Troy Maxens steht, dann komm zu mir und klopf an die Vordertür. Keiner sonst hat was damit zu tun. Das ist eine Sache zwischen dir und mir. Mann gegen Mann! Du bleibst auf der anderen Seite des Zauns, bis du bereit für mich bist. Dann kommst du zu mir und klopfst an die Vordertür. Und zwar wann immer, du wirst. Ich werd für dich bereit sein. Ich bin ganz sicher. Vielen Dank.